Mit dem Schnorchel und ziehen wir jetzt den sieben Kettenbürste. Bitte den Schnorchel in den Mund. Jetzt, Schnorchel in den Mund. Nase zu, ja, Schnorchel in den Mund. Eins, zwei, drei. Bravo! Funktion hat es gemacht? Ja. Ja. Ja? Ja. Bravo. Dann setzt sich mit mir wieder da rüber. Die Maske ist heute schon gehalten. Einmal zusammen runter.